Immer noch nicht zu Ende. Ich glaube, das waren zwei Teile. Oh Gott. Fück! Fück! Oh. Kann ich hier fliegen? Ja. Dann machen wir es ganz einfach. Oh Gott, oh Gott. Ja, das war in Ordnung. Noch jemand? Ich hatte schon drei Bosse. Äh, zwei. Drei. Feder und Feder. Nett. So, DDD. Jetzt wirst du gerapt. Grüß dich! Halt! Bäh! So mag ich das. Hey. Ach, das war jetzt dumm. Komm, du! Dummer, dummer, dummer. Bo, bo. Scheiße, das war jetzt gerade so gut. Scheiße, ich glaube, ich sollte das nicht machen. Nein! Hi! So, wo bin ich? Hm, das ist komisch. Will ich das vielleicht mit dem Spincher? Uah! Ich wurde zerquetscht. Ob, DDD. DDD! Hey! Was soll denn das? Oh. Oh. Nein! Was mache ich denn da? Sterben. Das kann ich irgendwie in diesem Teil sehr gut. Das macht komische Geräusche. Äh. Oh, komm. Ausrutschen. Danke. Nein! Nein! Ich sterbe, wenn ich seinen Arsch berühre. So, ist brav. Hi! Hi! Oh. Nimm mich. Okay. DDD. It's too noisy in here. I wanna go sweepy party. Ähm. Grüß Gott. Was? 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 Ich darf gegen Kirby kämpfen? Ah! Du dummes. Ich weiß gar nicht. Wie soll ich dich bitte töten, Kirby? Soll ich dich fressen? Oder was soll ich dich einfach nur... Nein, das war's nicht. Nein, das war's nicht. Hm. Nee, das ist das nett. Warte mal, die blauen Dinger vielleicht. Warte mal, die blauen Dinger vielleicht. Nee, die kann ich nicht fressen. Muss ich jedes Mal vielleicht? Nee. So, Kirby, ich hab leider keinerlei Ahnung, was ich mit dir machen soll. Oh. Ach, ich kann das auch. Ja, das muss mir mal jemand sagen. Piss dich. Ich töte die ganze... ...Kirby. Welt. Hopp. Ach, du bist eigentlich ziemlich simpel. Na komm, Kirby, stirb bitte. Mach's halt so... ...schwieriger als es schon ist. Bleib halt einfach mal liegen. Warte mal. Nee, das ist es nicht. Ah. Was? Das ist die End? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Kirby's true power? Nein. Oh Gott, ich heule. Okay, das ist nicht gut. Was ist denn der R? Achso, das ist R. Fück. Fück. Hold the R-Button. Hm. Aber jetzt weiß ich mehr, inwie du funktionierst. So, Kirby. Oh, wow, wow, wow. Das könnte verbös enden. Sehr schön. Aha, aha. Das Loss war zu hoch. Böser Kerl. Böser Marshmallow. Scheiße. Lass mich in Ruhe mit deinem Scheißfeuer. Hier, schau mal. Schenk. Bell. Ja, gute Idee. Verpiss dich. Hallo? Hallo? Ach du Scheiße. Geht's dir noch gut? Geht's dir noch gut. Huh. Oh, Lechmiermarsch. Gott. Hilfe. Scheiße. Ei. Shit. Fuck, das ist zu hoch. So vielleicht. Ja. Hey, stopp. Fuck. Okay, bringt's hier nicht. Ach Gott. Ja. Hinfort. Das schaut sehr perverse aus, Mario. Warte mit deinen Trieben, bis das Video vorbei ist. Ja, ja, komm. So. Warpster. Vielen Dank. Wie viel haben wir jetzt auf dem Konto? 20 Minuten. Gut. Das sind an sich zwei Teile. Das war ja jetzt übel. Na gut. Ich sag dann mal bis demnächst. Und ja, dann wird's wahrscheinlich wirklich nicht mehr lange dauern. Ich check da mal ganz kurz rein, was da drin ist. Wahrscheinlich ein Stern. Die Sternwelten fehlen da noch, ne? Ja, Sky ist da. Also gut, wir sehen uns. Adios. Bye, bye.